Musik Ja, herrlöchentlich wie YouTube-Hörser und Hüßer. Hier ist wieder eure Mestesterin und zwar mit einem weiteren Review und zwar zu dem Ultra Slime Series zur Verfügung gestellt von Your Mobile. Vielen Dank nochmal dafür. Schaut mal auf der Seite vorbei. Sie haben jetzt auch schon unter anderem iPad-Schutzhüllen oder Cases und außerdem auch noch Handys und Schutzfolien und sie bieten auch einen Display-Reparatur-Service an. Also wie gesagt, es lohnt sich wirklich mal da vorbeizuschauen. Sie haben More, Switch Easy und Reiko und ja, schaut wie gesagt mal vorbei. Die neuesten Sachen gibt es da. Ja, wie gesagt, www.yourmobile.co.at Ja, dann kommen wir mal zu dem Case. Das ist das Ultra Slime Series von More für das iPhone 3G bzw. 3GS in Pink. Und dann machen wir das Ganze mal auf. So. Das ist sehr schön verpackt, wie ich finde. So, und jetzt haben wir das Case. Ähm, Ultra Slime heißt richtig dünn. Man kann hier wirklich alles durchsehen und ich glaube, man könnte hier sogar durchlesen. Hier. Es ist wirklich richtig dünn. Ja, und jetzt ziehen wir das einfach mal auf das iPhone drauf. Wir nehmen das einfach so, tun das hier rein. So, also es geht wirklich ziemlich einfach. Dann machen wir das noch ein bisschen zurecht. Und schon ist das Ganze fertig. Und wenn ihr jetzt hier das iPhone so liegen seht, da habe ich ja gesagt, dass das ziemlich dünn ist. Ähm, der Hersteller gibt an, dass das Ganze reißfest ist und ziemlich lange haltbar außerdem ist. Das Ganze gibt es in bewölkt, in schwarz, in golden, in gelb, in grau, in grün, in blau, in, ähm, in helleren blau, in pink, in lila, in orange und in tomatenrot. Sehr hübsche Farben. Ähm, ja, es besteht aus 100% Silikon. Und es ist antistatisch und geruchslos. Das werde ich jetzt mal testen. Ja, es ist wirklich geruchslos. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, aber es ist wirklich geruchslos. Wie gesagt, reißfest verspricht der Hersteller. Also keine Angst beim Aufziehen haben. Einfach machen. So. Das Ganze kostet dann 11,90 Euro. Ist eigentlich ziemlich preiswert für so ein Moor-Case. Wenn man jetzt mal sich andere Cases von Moor anschaut, dann wird man da einen Unterschied feststellen, dass die wirklich im Preis intensiver sind. Aber für 11,90 Euro sehr hübsch. So. Jetzt müssen wir hinten nochmal, können wir hinten nochmal die Kamera ein bisschen frei machen. Einfach so. Und dann ist der Lack fertig. So. Also wenn man jetzt hier vorne so hat, dann sieht man schon mal, dass hier der gesamte Chromrahmen geschützt ist. Hier ist nichts mehr zu verkratzen. Der Home-Button ist zu bedienen, wie man hier sehen kann. Und schauen wir doch gleich mal weiter hier unten. Hier unten ist alles noch frei, wie man hier sehen kann. So. Und auf dieser Seite sieht man jetzt, dass der Mute-Button lässt sich ganz einfach noch zu bedienen. Ach so, muss ich jetzt eigentlich erst mal euch zeigen. Lässt sich wirklich super einfach bedienen. So. Dann die Laut- und Leise-Tasten sind vollständig mit Silikon umhüllt. Sind aber genauso einfach noch zu bedienen. Dann hier oben der Mute-Button oder der Sleep-Button ist auch komplett mit Silikon umhüllt. aber ähnlich ziemlich dünn und dadurch muss man auch nicht fester drauf drücken. Hier hat man dann das Kopfhörerloch oder die Kopfhörerbüchse, in denen man locker alle Kopfhörer noch anschließen kann. Hier hinten das Kameraloch, einwandfrei, frei. Ja. Man sieht auch noch das iPhone-Logo und ich denke, wenn man jetzt hier keine Skin drauf hätte, so wie ich, würde man auch noch das 32 GB lesen können und das Apple-iPhone, was dann hier so steht. Ja. An der Seite ist natürlich nichts. So. Das ist ziemlich dünn. Also ist antistatisch und klebt auch nicht so. Ähm. Und es ist staubdurch. Das heißt, es kommt kein Staub hier unbedingt so drunter. Es ist wirklich super hübsch. Ihr könnt ja mal schauen, welche Farbe euch von den vielen verschiedenen Farben, zwölf Stück sind es, glaube ich, euch am besten gefallen. Sucht euch eine schöne aus. Schaut, wie gesagt, mal bei Your Mobile vorbei. www.yourmobile.co.at Links stehen unten nochmal in der Beschreibung. Jo. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich oder mich. Und ciao. No, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und dann schaue euch jetzt noch ein wunderschönen Tag. Vielen Dank.